Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde mit unseren Jägern in World of Warcraft. So, wir sind jetzt... die Begleitfest haben wir leider schon gemacht. Und jetzt gehen wir hier hoch. Da ist gerade schon jemand hochgelaufen. Jetzt lasst uns Quast annehmen, abgeben und lasst uns hochrennen. Wir müssen jetzt hier Zwerge auf dem Weg nach oben töten. Oder worgen oder was hier auch immer. Gerade alles so rumrennt. Alles töten. Kann man die looten? Ne. Ne. Da sind noch welche. Gleich alle hinterher. Jawoll. Alles weg damit. Wunderbar. Wir rotzen sie alle nieder. Ja, so muss das. Wie hat das Schamane da gerade vorbeigelaufen ist? Keine Chance mehr. Was habe ich denn da bekommen? Aspekt der Wildnis. Aha, okay. So. So. Die Allianzen. Oh, der eine, der hing jetzt so ganz ordentlich fest. Die brauchen wir gar nicht mehr. Die haben wir alles schon. Ja. Egal. Nicht so weit rechts. Äh, zu spät. Ne, der kam und runter gerannt. Ja, weil der Hempel zieht so weit rechts war. Ach so. Tag. Rinderroulade. Tschönen tschönen Tag. Was? Der heißt Rindserroulade. Ah, anschreiben. Ich will auch. Jetzt kriege ich Hunger. Soll er uns mal eine abgeben? Da sind noch Zwerge. Ja, ja, ich muss näher ran, ist okay. Beste Compite. Jo, abgeben. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nach oben. Steht die Schlachtpläne. Ja, machen wir. Jetzt bin ich alleine. Ja, ich sehe nur dein Pet. Ja, ich sehe Turtle. Oh, nicht schlecht. Ja, ich sehe dein Pet und dein Turtle. Geil. So, die Quest ist ja oft verbuggt gewesen. Warte, er läuft langsam. Warte, warte. Halt. Ja. Lass ihn vorlaufen. Halt. Runter mit euch. Ja, ja. Guck mal, ich stehe gerade zu dritt hier. Ein Lichtlili ist auch hier. Also, ich sehe mein Pet, dein Pet und Turtle. Hier steht noch ein dritter. Er hat drei Leute gerade begrüßt. Achso. Ich werde die Wache am Tisch töten, dann die Aufmerksamkeit des Trios auf mich lenken. Und dann holt ihr euch die Pläne von der toten Wache. Ich werde Kascha rufen, damit sie euch abholt, soweit ich sehe, dass ihr die Pläne habt. Und Orcus, Ivara, ich komme schon zurecht. Sagt mir, wenn ihr soweit seid, und wir schlagen los. Ja, dann. Hau rein. So. Er kämpft. Wir haben die Pläne. Kascha. Jawoll. Bring mich weg. Ach, ich muss den anquatschen. Sag mir das doch einer. Ja, sagt er dir doch. Kascha, los. Gib Gummit. Besonders das Geile ist, die ist jetzt nochmal umgedreht und hat Orcus geholt. Für mich. Zack. Aber Orcus geht es, glaube ich, nicht gut. Ach, der hat noch 81%, das läuft. Ihr seid der beste Freund, den Orcus jemals hatte, Ivara. Ich habe so jemanden wie euch nie zuvor getroffen. Ihr habt mich gerettet. Mehr als einmal. Ich weiß, es ist egoistisch von mir, aber ich muss euch um etwas bitten. Schon wieder? Bitte kümmert euch um Kascha. Geht sicher, dass ihr einen kalten Ort findet, wo sie leben kann. Einen kalten Ort. Einen sicheren Ort. Winterquellen. Naja, wenn ich mir die so angucke, die gehört nach Eiskrone. Oder so. Die gehört in die Eiskrone. So. Terrence Mühle setzt sie uns ab. Aha. Wir müssen aber in die andere Richtung questen, du blöder Vogel. So. Romash. Was ist passiert? Was habt ihr da in euren Händen? Lies den Schlachtplan der Allianz. Er ist gestorben, um das hier herzubringen. Das? Ach, Orcus ist gestorben. Der liegt ja mit drin, ja. Er ist ehemovor gestorben, voller Stolz. Er ist ein Held der Horde. Die seinen Namen kennen. Und sie werden den gefallenen Champion der Horde in Ruhmesliedern besingen. Mhm. Sie tatet hunderte, vielleicht sogar tausende von Leben gerettet hat. Auch ihr seid ein wahrer Held der Horde. Mhm. Okay. Hätten wir das auch wieder geklärt. Ich bin immer noch... Ja, jetzt bin ich alle vom Mount runter. Gott sei Dank. Ja, Schlachtpläne der Allianz. Was gibt's denn da? Schultern und... Oh, Hände. Oh, wow. Hä? Woga... Todesstirfen... Alter Hackgebild... Ja, da wollen wir noch nicht hin. Da wollen wir noch nicht hin. Oder wollen wir schon weiter ziehen? Pfff, gute Frage. Hände. Wir haben ja eigentlich da hinten die Quests noch. Ja. Jetzt passe ich gut zu dir. Ich habe grüne Hände. Wir könnten auch ins alte Rackgebilde hoch. Komm, lass mal ins alte Rackgebilde hoch. So. Wollen wir die Quests dann abbrechen, oder? Ja, machen wir dann, wenn wir dann da sind. Okay. Die, die, die... Good day, good day, tschüss. Haben wir so oft... Ich habe hier so oft ge... Aber erst tanzen! Was? Wo? Das ist vor dem Tor hier. Okay. Ich sehe das ja auf dem Map. Wenn ihr Candy Buckets, das Add-on, ist auch für alle anderen holt, dann habt ihr jedes Mal, wenn die Events sind, seht ihr, wo welcher Point ist. Punkt ist. Dann seht ihr die auf der Karte. Und sie tanzen. Und sie tanzen. So. Wir haben schon Item Level. Null. Steht noch nichts. Ne. Ich glaube, das kommt erst, wenn wir in Drennhaus sind. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht. Ich löse es auch nicht mehr. Ich habe da nicht drauf geachtet, letztes Mal. Früher war es ja so, dass du es immer gesehen hast. Ja. Hast du schon 100? Nein. Ich habe auf Escape drückt, ich Intelligenzbolzen. So, ich bleibe hier dann stehen. Ah. Aber das ist jetzt... auch für alle anderen. Das ist jetzt die Woche, wo man seine Twinks levelt, weil die immer diesen Bonus kriegen. Ne. Wenn du dann noch Dunkelmond Jahrmarkt hast in der Woche... Warte mal, Kalender? Wann ist der? Optimal ist immer Dunkelmondjahrmarkt und Sonnenwendfest. Das heißt, nächste Woche, wenn Sonntag der Dunkelmondjahrmarkt beginnt, dann kannst du nämlich auch nochmal einen Buff abholen. Und diesen Hut. Für Ruf und irgendwie. So, dann gehen wir mal hoch zum Alltraktor. Ich meine, das ist ja auch noch hier das Gebiet. Obwohl, warte mal. Was ist das hier? Wie ist das, was? Ach komm, gehen wir nach oben. Richtung Pest Slender. Okay. Jetzt, wenn du schon so oft gequestet hast, ne? Naja. Du willst halt manche Quests nicht das zehntausendste Mal neu machen. Und... Ich muss das nochmal gucken. Hier habe ich viel Zeit verbracht damals, als beim Druiden, wo ich noch auf Allianz war, weil ich hier die Marke für PvP ehrfürchtig gefarmt habe. Erz. Ja, sammel ruhig. Ich kann sie nur noch nicht sondieren, es ist Zinnerz. Ja, deswegen... Ich finde, das macht doch nicht viel Sinn, das ganze Zeug hier noch zu sammeln. Ja, und im AH kaufen tue ich das sowieso nicht. Wenn, dann mache ich das vernünftig. So, sprech mit Drekard. Uh, uh, sie klatscht. Lol. Guck gerade mit dem Rollstuhl. Und blinde Sau noch. Ja. Die mich noch immer nachts wach halten. Mhm. Aber diese schrecklichen Dinge, die ich getan habe, und die Leute, denen ich Leid angetan habe, ich kenne sie, ich sehe in ihre Gesichter und ich fühle Reue. Mhm. Erz. Doch, die Verlassenen, was fühlen sie? Weiß nicht. Das Land und zerstören alles, was sie berühren. Wie viele Lehm sind durch ihre widerwärtigen Gifte verloren gegangen. Und der Kriegsmaschinerie der Verlassenen gefallen. Ja, das wird noch interessant. Tan, aber nichts könnte jemals so schrecklich sein, wie den Verlassenen Hilfe zu gewähren. Mhm. Geht zurück zu diesem rückgratlosen Ork, der nicht gekommen ist, um mit mir zu sprechen, und sagt ihm, dass der Frostwolf-Clan den Verlassenen nicht helfen wird. Nicht heute und auch sonst niemals. Hint fort. Der hat mich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Schwein. Wir durften gar nicht reden. Aber wir sind 27. Wieso ist mein, mein, mein Pet halbtot? Kein Plan. Wieso ist mein Tier halbtot? Oh, das ist ein Spinner? Hallo. Geh weg. So. Okay. Also die wollen dem Frostwolf-Clan, äh, dem Verlassenen also nicht helfen. Ja. Mir juckt's hier eine Finger, irgendwo auf den Beta zu gehen, um mir die Sequenzen anzugucken, ne? Für Teldrasia. Beobachtet den Marsch der Sturmlanzen. Wieder eine Sequenz. Die kenne ich alle gar nicht. Den Marsch der Sturmlanzen. Das sieht ja nett aus. Im Kinderspiele, wo die Bäume so ausfahren. Ja. Verkennen das. Dies ist der Aufklärungsposten. Okay. Der eine rote Baum da in der Mitte, ne? Alter, das andere Lager. Ah, das wäre so schön, wenn sie es vertont hätten. Ja. Es gibt so viele schöne Sequenzen. Der zweite Ralfinger des Hügellands. Benutzen dies als Ausgrabungsbasislade für ihre Soldaten. Ja, da ist der PvP, der alte Rakt-Eingang. Den kenne ich sehr gut. Habe ich viel Zeit verbracht. Der dritte Ralfinger des Hügellands. Ach stimmt, das sind vier Hügel, ne? Hm. Lehren sie neue und aufregende Wege, uns zu töten. Der vierte Finger des Hügellands. Aufs beste Geschütz durch die Finger ihrer fürchterlichen Belagerung sind hier versammelt. Die Finger den Griff, den die Sturmlanzen um uns haben. Sie müssen zerstört werden. Immerhin. Die stehen ja... Ist ja nicht so, als wenn die nicht schon Ewigkeiten ausstehen würden. Raus damit. Quests beenden. Eine koppelische Hosentaschenbombe bei Soferas Landspitze. Ah, wir sollen Hosentaschenbomben verteilen. Schön. Geil. Aber wir können ja mal die Quests von unten mal abbrechen. Und da unten ist noch eine bereits zur Abgabe. Sollen wir die noch abgeben? Nein, die habe ich gerade weggehauen. Weil die ist ja auf der Tisch. Ich muss trotzdem gerade weggehauen. Wir kriegen noch so viele Quests, du. Na gut. Dann weg. Weil die sind noch so viele Quests. Ne. Können ja mal die hier alle annehmen. Die hier so rumkrauchen. Ist ja auch noch ein ordentlicher Schwung. Ich glaube, wenn wir die durch haben, sind wir fast 30. Ja. Was ist? Wo ist hier denn mit der Sonne eine? Weil es sind nämlich einige, die auch noch nach oben hingehen. Was ist? Ach, guck mal, auf dem Balkon steht sie. Sollst du nicht Urlaub machen? Also ehrlich. Also ehrlich. Was steht sie da oben? So. Ach Gott, das ist dieser Junge. Ich bin verlass. Habe ich jetzt alle? Ne, einer fehlt mir noch. Da im Haus. Da ist noch einer. Hallöschön. Ich habe hier noch so eine Quest. Ach Gott. Gut, wir haben einmal nach oben welche und einmal nach rechts rum. Machen wir die erst rechts rum oder gehen wir erst nach oben? Ich würde sagen, erst rechts rum. Dann haben wir die gemacht. Ja. So, ich würde aber sagen, da wir jetzt gerade so viel fern gesehen haben, dass wir jetzt nochmal eine Pause machen. Ne? Jo. Also, wir danken euch fürs Zugucken und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das heißt, wir mit unseren Jägern Richtung 110. Ich turn hier gerade so blöd rum. Also, bis dahin. Bye, bye. Tschüss.